Mit dem großen Spinnenkostüm gewann die Bronzemedaille, wurde dritte und gewonnen hat Luca Henni! Als Schuhschnabel, ein Vogel aus Australien, glaube ich. So und dass sie beide heute hier sind und dieses tolle Duett singen werden, ja, das ist eine große Ehre für uns, für den Fernsehgarten. Not Everyone's Darling, Fernsehgartenbühne frei für den Erst- und die Drittplatzierte von Mass Singer. Hier sind Patricia Kelly und Luca Henni. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wie fühlt sich das an zum ersten Mal jetzt, ohne diese große Kostüme zu singen? Freiheit pure! Freiheit pure! Vielen Dank.